. 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 Ja, Simon, du hast Arbeit. Musst du nicht einfach da sitzen fotografieren. So. Äh, ich bin noch nicht fertig, nachher kannst du es machen. Ja, Simon, ich bin noch nicht fertig, nachher kannst du es machen. Ich kann nicht, Simon, bitte. Ja, mach mal nachher. Und die, die da musst du fotografieren, die da. So sieht es aus. Und das ist das Ganze. Die Koreaner lieben das. Die übrigen. Ja, so, Simon, kommst du mal? Genau. Ja, genau. Der macht das ganz gut. Und ich hab die KLEUTEN- Und ich hab die Kopf auf, ich hab nicht in die KLEUTEN. Die Autos. Oh, das wird es jetzt. Also, ich hab logged in die KLEUTEN. Ich hab in die KLEUTEN- Nachher musst du weiterfotografieren, ich meine, wir sind erst anfangen. Jetzt mach mal weiter, du musst diese Teller nehmen, gehst du zu, wie hast du, fris, fris, fris.